Hallo Freunde, wir sind die Red Shoes. Wir spielen heute in der Mahogany Hall. Am 9 Uhr geht's los. Also wenn ihr noch nicht wisst, was ihr heute Abend macht, oder wenn ihr Zweifel habt, ob euer Plan wirklich gut ist, kommt einfach in die Mahogany Hall. Ich sage mir, das geht ab. Wir werden es nicht bereuen. Es gibt 90 Minuten Rock'n' Motherfuckin' Roll! Woooo!